Guten Tag, ich heiße Wolfgang Hohmann und bin Mitglied des Lehrteams der Arbeitsgemeinschaft Manuelle Therapie in der Physioakademie. Ich möchte euch hier die Maßnahmen vorstellen, die vor einer manuellen Untersuchung und gegebenenfalls Behandlung der Kopfgelenksregion erforderlich sind und wie sie in unseren Zertifikatskursen gelehrt werden. Einer manual-therapeutischen Intervention in der oberen Halswirbelsäule muss eine Prüfung möglicher verteprobasilärer Problematik und der ligamentären Stabilität in dieser Region vorausgehen. Wir verwenden dafür den sogenannten Arteria vertebralis Test zur Prüfung des verteprobasilären Kreislaufs, den Stabilitätstest für das Ligamentum transversum atlantis und den Stabilitätstest für die Ligamenta alabia. Nachfolgend aufgeführter Algorithmus hat sich zur Prüfung des verteprobasilären Kreislaufs in der Praxis bewährt. Beim Standardtest im Sitzen dreht und neigt der Patient den Kopf, assistiert die Ligamenta alabia. durch den Therapeuten so weit wie möglich zu einer Seite. Diese Position wird mindestens 10 Sekunden gehalten. Nach einer Pause in Mittelstellung der Halswirbelsäule von ebenfalls 10 Sekunden wird die andere Seite in gleicher Weise getestet. Während des gesamten Testverlaufs muss der Therapeut Blickkontakt mit dem Patienten halten und ihn bezüglich des Auftretens von Symptomen befragen, welche auf eine mögliche Problematik des verteprobasilären der Kreislaufs hinweisen. Dies sind zum Beispiel Nystagmus, Doppelbilder, Schwindel, vegetative Symptomatik, Dysatrie, Tinnitus und plötzlich einsetzender Kopfschmerz. Aufgrund der biomechanischen Gegebenheiten ist vor der Beurteilung der Kopfgelenke eine Prüfung der Funktion des Segmentes C2 erforderlich. Dazu nutzen wir während einer gekoppelten Bewegung die Bewegungspalpation und zur Aufnahme des Endgefühls die endgradig segmentale gekoppelte Bewegung. Wir suchen den Dornfortsatz von C2 und platzieren dann unseren Palpationsfinger interakual zwischen C2 und C3 im Bereich des Facettengelenkes und führen eine gekoppelte Bewegung in Seitneigung mit gleichsinniger Rotation durch. Für die Aufnahme des Endgefühls ist ein intensiverer Druck erforderlich. Dazu platzieren wir die radiale Zeigefingerkante wieder interakual zwischen C2 und C3 und verstärken die segmental gekoppelte Bewegung durch einen Schub nach Medio-Ventral. Die freie Beweglichkeit des zweiten Halswirbels auf seinem kaudalen Partner C3 ist Voraussetzung, damit eine Seitneigung im Segment C0 überhaupt möglich ist. Wird durch Fixation von C2 seine Mitbewegung unterdrückt, sollte die Seitneigung im Segment C0 kaum oder gar nicht mehr möglich sein. Ist trotz Fixation von C2 die Seitneigung im Segment C0 gut wahrnehmbar, spricht dies für eine Inseffizienz des Ligamentum Allare auf der gegenüberliegenden Seite der Seitneigung. Ich habe 15-18 dazu im Segment C8. Am cibi bewegen in Waterfall beim Racion incompetent. Ich habe Bon19 B migration рек досkriviert. Ich habe 15-18� Hals, Серge gut durchfälligen Ab conducting über XV случom St. Und ich habe die warriors in der ganzen 500m. ım Occasion in der Gaming-Baцу. Ich habe diese Bestämpe工fe geschrieben. Eine Borderlands, Geräusche zie chantere anbringen Ab Franken im Segment C3 erreicht dem turbatsch. Durch eine Insuffizienz des Ligamentum transversum atlantis kann der Atlas bei Flexion der Halswirbelsäule auf C2 vermehrt nach Ventral gleiten. Dadurch vergrößert sich die atlantodentale Distanz, was zur Einengung des Spinalkanals führt und das Rückenmark komprimieren kann. Symptome wie Atemnot und Dysästhesien der oberen oder unteren Extremität können die Folge sein. Wir überprüfen die Stabilität des Ligamentum transversum atlantis bei flektierter oberer Halswirbelsäule durch einen Schub am Dorn C2 nach Ventral. Ein vermehrtes Ventral gleiten des Atlas auf C2, was sonst nur gering möglich ist, und oder die Reduktion aufgetretener Symptome sind Anzeichen für die Insuffizienz des Ligamentum transversum atlantis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020